Ja, nein, 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 warum, 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 warum? Ah, nein, 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 was wollt ihr von mir? Bitte lasst mich doch in Ruhe, ich will nur da hoch, lasst mich doch, bitte. Wer ist denn das? Das kann ich da, was? No, er greift mich an. Oh, shit. Jo, und somit wie ja, herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Subnautica. Ja, Leute, es ist schon richtig, richtig lange her, dass eine Folge Subnautica kam. Ja, wir sind hier stehen geblieben auf diesen Magma-Ding. Ah, das war die Krake, die ist zwar immer noch hier, aber egal, die macht mir keine Angst. Ja, ähm, ich musste mich vorhin zu meiner Base-Partner, also das ist halt ein Command, weil ich hatte nichts mehr. Ja, ich musste etwas besorgen und deswegen habe ich jetzt Wasser, ich kann erstmal hier unten überleben. Und unser Prawn-Anzug, also unser Cyclops, er macht keine Faxen mehr. Es funktioniert alles. Wow. Okay, okay, das wusste ich jetzt nicht, dass der... Ah, es ist weg, es ist weg. Ah, komm rauf. Okay, ich habe mir überlegt. Also, ich werde Subnautica wieder öfters zocken. Denn, wenn ihr es natürlich sehen wollt, lasst dann auf jeden Fall ein Like da, dann... Ich denke mal, ich werde da auf jeden Fall mehrere Folgen aufnehmen, wenn ihr es natürlich sehen wollt. Und meine Base, die will ich auch anders gestalten, weil ich finde, es von den Räumen her ist es sehr gut aufgeteilt. Ah, es hat mich nicht erwischt. So, wo waren wir stehen geblieben? Also, hier können wir nichts angucken. Ja, natürlich kommen die Lags, aber die kennen wir ja schon. Ja. Hier können wir also nichts mehr machen. Wir müssen dann... Ach, genau! Jemand hatte geschrieben, ich habe die... Ich habe nicht alles durchsucht bei der Base. Da gab es so noch eine Mittelschicht. Also, die erste Etage. Die habe ich komplett vergessen. Oh Gott, da geht es ja noch weiter runter. Ei, ei, ei. Ich glaube, ich finde hier nicht mehr zurück. Wo muss ich lang? Ne, aber sagt mal, wie... Äh! Nein! Äh! What the fuck? Äh! 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 Ich komme nicht mehr klar! Wo ist mein Anzug? Ah! Leute! Die Warp-Ware können mich teleportieren? Seit wann geht das? Seit wann geht das? Äh! Die können mich aus meinen Anzugporten. Okay, okay, okay. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ähm. Wo muss ich hin? Ah! Ich habe gedacht, ich wäre jetzt irgendwo am Ende der Welt. Ich komme nicht mehr raus. Ah, doch. Ei, ei, ei. Ich versuche jetzt wirklich kurz mal die Base zu finden. Ich hoffe, wir finden sie. Ah! Ich bin im Kreis gelaufen. Ich bin ja wieder an derselben Stelle. Okay. Los, komm. Komm, Spider-Man. Wir schaffen das. Nein! Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Warum, 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 warum? Ah! Nein, nein, nein! Was wollt ihr von mir? Bitte lasst mich doch in Ruhe. Ich will nur da hoch. Lass mich doch, bitte. Wer ist denn das? Wer ist denn das? Das kann ich sagen. Was? Oh, er greift mich an. Oh, shit. Alles klar, die Warper sind ziemlich gefährlich geworden. Und ich habe es euch noch gar nicht gezeigt. Die ganzen Icons haben sich verändert. Das muss ich euch auch noch genau zeigen. Vielleicht sieht die Base ja auch anders aus. Ich muss hier aber weg. Es könnte sein, dass die Base da oben ist. Ich bin mir aber nicht sicher. Und ich sehe gerade, meine Energie ist nur 25%. Oh, komm. Ähm. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier oben eine Base war. Wo ist die hin? Nee. Nee. Da, da, da. Oh Gott. Ich finde die nicht mehr wieder. Ah! Ach. Guck, guck, guck. Guckt euch das an. Ich habe sie doch gefunden. Da. Da drinnen. Ich muss da rein. Ich muss unbedingt da rein. Aber als erstes werde ich etwas anderes... Ja doch. 25% haben wir noch. Okay. Das war sehr laut. Ist hier irgendwas Neues? Nein. Aber. Da drinnen. Wir müssen da rein. Da ist ein Aquarium. Stimmt. Vielleicht können wir ja da reingehen. Nee. Scheint nicht so zu sein. So. Hier scheint nichts Neues zu sein. Nein. Auch nicht. Nee, 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 nee. Komm, komm, komm. Lass mich. Ah. Hier geht es runter. Hier geht es runter. Okay. Ich habe noch genug Sauerstoff. Das sollte eigentlich genügen. Ähm. Scanner. Oh. Was haben wir denn da? Wir haben was Neues gefunden. Okay. Okay. 39. 39. Inventar ist voll. Wie? Inventar ist voll. Oh, oh. Jetzt müssen wir ganz kurz raus. Weil ich muss was ablegen. Und dann können wir das auch gleich wieder mitnehmen. Komm, lass mich. Ja, ich weiß. Ich weiß. Danke, 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 danke. Danke, danke, danke. So. Ich bin gleich wieder drin. So. Ich habe hier ein Fragezeichen. Nickel Erz. Ja. Keine Ahnung, was es ist. Also das Ding haben wir eingesammelt. Aber ich glaube, das haben wir schon. Ich bin mir aber nicht sicher. So. Ich wechsle jetzt erstmal seine Energiezelle. Das kann ja nicht sein, dass sie schon fast alle Alloes. Na, 62 Prozent. Das geht ja noch. So. Ich gehe jetzt am besten hier hin. Weil dann kann ich mich reinporten. Ha. Ich habe einen Trick herausgefunden. So. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Wie Inventar ist voll. Jetzt kann ich das auch noch mitnehmen. Das kann ich auch noch mitnehmen. Oh, oh. Das einzigste, was ich jetzt machen könnte, wäre jetzt etwas herstellen. Aber. Ich glaube, das passt noch nicht mal alles rein. Mal sehen. Kann ich das herstellen? Kann ich es herstellen? Baupläne? Ne, ne, ne. Das muss ich ja. Genau, genau, genau. Zack. Kann ich es machen? Kann ich es machen? Nein, dafür brauche ich ja die. Oh Gott. Dafür brauche ich den Fabricator. Hä? Ähm. Was ist denn das genau? Nee. Ich sehe gerade was anderes. Äh. Ich muss raus hier. Oh, noch einmal. So. Dann ab mal nochmal rein. Und wir holen uns die restlichen Sachen. Ähm. Hab ich... Hab ich... Den habe ich doch gerade eingesammelt, oder? Wir nehmen mal das mit. Es ist ja eigentlich nur zur Deko. Das dient nur zur Deko. Aber ist egal. So haben wir ein paar mehr Sachen in unserer Base stehen. So, komm ich so raus? Komm ich so raus? Nee, vorhin hat es geklappt. Vorhin hat es geklappt. Okay. So. Dann müssen wir uns jetzt wieder weiter... Hab ich das jetzt noch gesehen? Ah. Wie schön. So könnte ich eigentlich meine Base aufbauen. Ich hätte das ja schon mal vorgehabt. Ähm. Ich weiß nicht, wer es alles gesehen hat in dieser... Ja, da war ein Würmer. Da sah ja eine Base ziemlich geil aus. Die war so ähnlich aufgebaut. Und mal schauen. Vielleicht mache ich das ja so. Ähm. Mal sehen. Wir kamen von dort. Und wir müssen mal dorthin. No. Leute. Ich gehe ich lange. Woppa. Ich töte dich gleich. Wenn es so weiter geht, dann muss ich dich töten. Tut mir leid. Muss halt so sein. Oh, das... Komm hier. Du wirst mich nicht los. Du wirst... Alles klar, du feige Sau. Ähm. Okay. Vollkratz. Oh, oh. Ich sehe gerade was. Aufladen. Nein. Okay, das war nur der Typ. Oh, oh. Komm, 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 komm. Ja, ist auch gut. Äh. Nein. Was ist das? Was ist das? Ich habe eine Bombe. Hä? Was ist das? Kann ich das... Äh. Oh mein Gott. Es klebt an mir. Es klebt an mir. Was ist das? Oh Gott. Oh, ich muss jetzt erstmal weg. Ich muss erstmal weg. Der Warpfer geht mir auf den Sack. Und die Kranke. Oder was auch immer das ist. Ich muss... Nein. Die attackieren mich hier. Ich kriege... Ich kriege die Krise. Da. Was ist das? Es hängt... Hallo? Ich habe einen kleinen neuen Freund. Ja, wie geil ist das denn? Ich... Ich werde den aber... Och, das darf nicht wahr sein. Bitte, Freunde. Bitte. Können wir nicht einfach Freunde sein? Wären wir lieber recht. Komm, komm, komm. Ich muss weg. Komm, Spider-Man. Komm, Spider-Man. Er hängt mich irgendwo ran. Ich sehe nichts mehr. Wo kann ich lang? Wo kann ich... Ich glaube, wir müssen raus aus der Höhle. Wir müssen raus hier. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Ich sehe einfach nichts. Wir können mal gucken, was da oben ist. Ansonsten müssen wir raus hier. So, ist so gut wie neu. Aber, jetzt ist die Frage. Also... Es ist weg. Es ist weg. Geil. Aber, was war das für eine Attacke? War das eine Attacke sozusagen, damit ich meine Sicht verliere? Damit ich nichts mehr sehen kann? Weil, das habe ich bis jetzt noch nie gesehen. Es scheint sehr viel Neues hier dazugekommen zu sein. Bin ich der Meinung. Also, die ganzen Icons haben sich verändert. Habe ich das gerade richtig gehört? Was haben wir hier gefunden? Ich glaube, das haben wir sogar schon eingesammelt. Jupp, haben wir schon eingesammelt. Ja, es hat sich viel verändert. Die sind jetzt auch an Machen und Tun, dass die Base... Ich weiß aber nicht, welche Base... Irgendwie in Lava, dass sie sich neu... Ja, irgendwas wollen sie da machen. Aber ich bin mir halt noch nicht sicher. Und Animations... Äh, Animation von... Ich weiß nicht, wie das Vieh hier heißt. Aber... Das ist übelst geil. Und was habe ich hier gefunden? Ähm... Mal sehen. Das können wir ja noch gebrauchen. Ich muss mal gucken, was ich jetzt hier drin... Habe... Ich glaube, ich werfe das raus. Auf Wiedersehen. Behälter wechseln! Ich kann es nicht rauswerfen. Ähm, dann müssen wir das anders machen. Ich werfe mal... Was? W-Warum? So, ich muss... Ich muss dich kurz... Ne, wir gucken einfach mal, was das ist. So, ein Mikroskop brauche ich... Scanner-Raum? Das haben wir doch, oder? Ich bin mir sicher, das haben wir. Genau. Titan zweimal... Wo? Grappling-Arm kriege ich dafür ein Upgrade dann? Na! Wäre ja zu schön gewesen. So. Oh, Moonpool. Ja, 30 Sekunden. Ich weiß. Ich weiß, Girl. Ich weiß. Ich... Ich passe ja schon drauf auf. So, dann können wir die Flaschen ja doch eventuell gebrauchen, weil... Wenn das jetzt sehr tief da reingeht, dann brauche ich die. So, was haben wir hier? Was haben wir hier? Unten liegt noch etwas. Ach, hi! Dich kann ich trinken. Komm her, komm her, komm her. Dann brauche ich keine Flasche. So, zack. So einfach geht das. Ähm, Scanner. Genau. So, da scheint noch etwas zu sein, aber sieht auch... Ein Drill-Arm. Ich glaube, den habe ich nicht vollständig, oder? Na, habe ich natürlich vollständig. Also kann Titan auch raus. So, ich schaue mich mal ganz kurz hier oben. Vielleicht befindet sich ja etwas Spannendes noch hier. Ja, Leute. Und zwar habe ich gerade herausgefundene. Das haben wir doch untersucht. Deswegen, also, das hatte ich außerhalb der Folge gemacht. Und deswegen müssen wir jetzt dorthin. Wir müssen wieder zurück zu unseren Ufo. Äh, wir müssen zurück zu unseren U-Boot. Oh! Oh! Scheiße! Scheiße! Oh, oh! Ähm. 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 Ja. Äh. Äh. Oh Gott. Meine ganzen Sachen. Alles weg. Scheiße. Wie mache ich das jetzt? Oh, shit. Oh, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. So, Leute. Ich habe mich jetzt zu meinem Anzug geportet. Ähm. Ähm. Das passiert, wenn man ein Thumbnail braucht. Oh Gott. Nie wieder. Äh. U-Boot. Ich komme. Ich komme wirklich. Diesmal aber wirklich. Äh. Scheiße. Scheiße. Das ganze Essen. Oh, oh. Trinken. Alles ist weg. Ähm. Wir müssen wirklich zu unserem U-Boot. Weil ansonsten komme ich hier lebend nicht mehr raus. Okay. Ich versuche es. Ich ver... Mitnehmen. Ist natürlich was zu essen. Nein. Weg. Weg. Bitte. Lass mich einfach in Ruhe sterben. Das darf nicht mal sein. Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Und wieder zurück. Oh Gott. Bitte hilf mir doch jemand. Irgendjemand. Ha. Alles bleibt an mir hängen. So. Ich komme. Ich komme an den Zug. Bitte. Bitte warte auf mich. Ja. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Lass uns abhauen. Lass uns abhauen. Los. Los. Schnell. 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 Wir können ja nicht mehr schneller. Oh Gott. Wo müssen wir denn hin? Da hin. Nee. Wo müssen wir... Doch. E-M-Base 2. Da müssen wir hin. Ah, genau. Da wir jetzt hier gerade sind. Also. Wir können auch krank werden. Äh. Habe ich bemerkt. Ich weiß ja nicht, ob wir den hier irgendwie anfassen können. Kann ich... Kann ich ihn irgendwie scannen? Komm, Geisterrochen. Nee. Okay. Was steht da? Infiziert. Okay. Ich... Ich befreie dich mal. Ja. Tut mir jetzt wirklich leid. Aber ich muss das tun. Es ist besser für dich. Du steckst hier jeden an. Okay. Er scheint tot. Der lebt noch, oder? Oh Gott. Was tue ich ihm an? Komm. Die Lunge muss weg. Komm. Lebt er denn noch? Nee. Ich glaube, der ist wirklich tot. Der verhält sich ein bisschen anders als die anderen. So. Ja, 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 ja. Ich habe ihn doch nur befreit. Aber ich bin nicht krank geworden. Weil man kann hier krank werden. Nee. Wie der lebt? Oh Gott. Die können nie sterben. Naja, geil. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Oh Gott. Endlich bin ich da. Was? Wir sind immer noch hier. Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Ha. Siehste? Ich glaube, die hier oben sind gar nicht so schlimm. Komm rein. Komm. 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 Pack mich. Ah. Danke. Oh. Der. Was ist? Was ist das denn? Was ist das denn? Hier steht auch etwas. Upgrades. Ja, cool. Wir können noch mehr anstellen. Jetzt muss ich aber kurz... Okay. Hier scheint alles noch normal zu sein. Wie viel Energie hast du? Steht das hier irgendwo? Wo steht es? Da. Okay, sieht aber noch gut aus. Aber das da, was ist das? What? Cool. Man kann sogar noch schneller fahren. Ja, wie geil ist das denn? Ja, coole Option. Naja, Leute. Auf jeden Fall. Oh. Oh. Ja, ist nur ein bisschen Damage. Naja. Das war es erstmal von der weiteren Folge Subnautica. Ich hoffe, sie hat euch natürlich gefallen. Und wenn ihr natürlich mehr davon sehen wollt, dann lasst doch einfach einen Kommi oder ein Like da. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.